Ich bin eigentlich nie für Politik von Haus aus an sich überhaupt nicht interessiert. Jetzt sind mir in der Schule schon am Arsch gegangen, die politischen Typen. Die so ganz ernsthaft auf Klassensprecher kandidiert haben, damit es mehr Schüler-Mitbestimmung gibt und vegetarische Wurstsämen im Buffet immer. Alles Wichse. Das Politische war überhaupt.